Herzlich Willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Salz. Salz im Mittelalter, das weiße Gold. Ich habe zur Vorbereitung der Filme in letzter Zeit, die sich oft um Küche und Esskultur gedreht haben, sehr viel recherchiert, auch sehr viel in Sekundärquellen und habe mir sogar populäre Dokumentationen angeschaut. Auf eine habe ich auch kürzlich reagiert und mir ist aufgefallen, Salz ist immer ein Thema und es ist immer das Gleiche. Man hört immer wieder, Salz konnten sich nur die Reichen leisten und oft scheint sogar die Annahme zu sein, dass die nicht Reichen, die Armen, die Bauern, also ganz breit gefasst, gar kein Salz gegessen hätten. Habe ich gedacht, ist ein gutes Thema, sollten wir uns mit beschäftigen, man sollte mal schauen, was da wirklich dran ist. Erstmal wir reden von Natriumchlorid. Es gibt andere Salze, also Salz ist chemisch ein sehr weiter Begriff. Ich rede wirklich vom Kochsalz, von dem, was wir heute auch in der Küche verwenden. Und es gibt auch andere Salze, die häufiger auftauchen, also Magnesiumchlorid ist zum Beispiel auch ein Salz, das relativ häufig auftaucht. Das schmeckt aber nicht so wie Natriumchlorid. Es schmeckt nicht salzig. Es soll bitterlicher schmecken, leichter salzig und andere Salze haben völlig andere Geschmäcker. Also beim salzigen Geschmack, von dem wir reden, reden wir auch vom Kochsalz, dem ursprünglich als Salz bezeichnenden Begriff. Und der wurde später dann in der Chemie erweitert, um verwandte Stoffe zusammenzufassen. Deswegen benutzen wir heute Salz in einem anderen Kontext. Wir reden von dem, was der mittelalterliche Mensch als Salz bezeichnet hätte, Kochsalz. Der Mensch braucht Salz zum Überleben. Heute ist das ganz spannend, was so empfohlen wird. Die Weltgesundheitsorganisation sagt weniger als fünf Gramm pro Tag. Das ist so eine Empfehlung, die soll zum Beispiel Gefäßerkrankungen vorbeugen. Tatsächlich bei uns hier haben Männer einen Verbrauch von etwa zehn Gramm pro Tag und Frauen einen von etwa 8,4 Gramm pro Tag. An der Spitze der Länder liegt China. Die haben durch häufige Wendung von Sojasauce, was ja auch salzhaltig ist, einen Verbrauch von über zwölf Gramm pro Kopf und Tag, was sich dann auch wieder gesundheitlich niederschlägt. Aber zu wenig Salz, klingt ja so, als wäre je weniger Salz, zu besser. Das ist auch eine Vorstellung, die hat man eine Zeit lang, war die ganz verbreitet. Mittlerweile wird die stark angezweifelt. Ganz ohne Salz kann der Mensch überhaupt nicht leben. Das ist ein wirklich großes Problem. Es geht auf den Kreislauf. Schwindelgefühle sind da erst der Anfang. Also ein Überleben eines Menschen ohne Salz ist schwierig. Und auch in der Natur, in der normalen Nahrung kommt Salz nicht ausreichend vor. Eigentlich braucht der Mensch immer eine zusätzliche Salzzufuhr. Und deswegen haben wir seit frühesten Zeiten in der Menschenentwicklung Salz auf dem Kreiseplan. Gar nicht einfach ranzukommen zum Teil. Und das ist auch so ein Punkt, der dann schon in der Jungsteinzeit aufkommt, dass Salz herangeschafft werden muss. Wir haben schon sehr früh Salzabbau. Wir haben zum Beispiel in Alpen bereits in der Jungsteinzeit in Hallstatt und Hallein deutlichen Salzabbau. Der wird auch ausgeweitet, kommt dann irgendwann zu erliegen. Also die Orte werden, soweit ich weiß, nicht durchgehend bewirtschaftet. Das haben wir relativ häufig. In der Antike haben wir natürlich einen relativ großen, fast industriellen Salzabbau, der dann im Frühmittelalter wieder stark zurückgeht und sich im Hoch- und Spätmittelalter wiederentwickelt. Ist ja eine Entwicklung, die wir in vielen Punkten haben. Wenn wir von kleinteiliger Salzgewinnung sprechen, dann gibt es da eine ganze Menge Möglichkeiten. Das mehr fällt einem als erstes ein, aber da gibt es ein paar Probleme, auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Im Landesinneren gibt es salzhaltige Quellen. Quellen, die salzhaltiges Wasser ausspucken. Gar nicht mal so selten. Und wenn man die findet, dann hat man erst schon mal eine salzhaltige Lösung. Wenn man die einkocht oder verdunsten lässt, dann bekommt man eine immer stärker salzhaltige Lösung, bis sich irgendwann Salz auskristallisiert. Und das hat man tatsächlich gemacht. Auch selbst im Mittelalter gibt es noch Berichte, dass man in Regionen ohne entsprechende Infrastruktur aus solchen Salzquellen in einem Gefäß am Herd das Ganze halt verdunsten lassen. Das musste nicht auskristallisieren. Das konnte auch in Form einer Salzlauge quasi verwendet werden. Die hat man dann auch zum Salzen verwendet. Das funktioniert genauso. Es gibt sogar Berichte, dass man an manchen Stellen Salzbrocken gefunden hat. Solche Stellen waren natürlich relativ schnell erschöpft. Das ist klar. Wer so eine Salzstelle findet, die Salzbrocken wegträgt, das ist relativ bald weg. Und wir haben zum Beispiel auch hier bei uns im Münzenberg eine Salzwiese. Am Harz gibt es Salzwiesen. Es gibt auch im Landesinneren Wiesenlandschaften, die von salzigem Untergrund geprägt sind. Da gibt es ja entsprechende Pflanzen. An diesen Pflanzen kann man auch eine salzhaltige Stelle erkennen. Die haben sich auf Salz im Prinzip eingestellt. Das ist gar nicht mal so selten. In Alpen gibt es natürlich Salz. Also Salz zu finden ist so schwer erst mal nicht. Und diese kleinteilige Salzgewinnung ist lange Zeit eben in der Entwicklung der Menschheit die Regel. Es gibt dann auch eine aufwändige Form, allerdings auch recht frühe Form, die wir zum Beispiel in England haben, aber auch in der Nordseeküste. Das ist die Salzgewinnung durch Torf. An der Küste gibt es Torfe, Torfquellen, die stark salzhaltig sind. Die wurden getrocknet und verbrannt. Und die stark salzhaltige Asche, denn das Salz verbrennt dabei nicht, die wurde dann wiederum mit Wehrwasser ausgewaschen, um dann eine stark salzhaltige Lauge zu bekommen, die man dann zum trocknen und kristallisieren bringen konnte, um so Salz zu gewinnen. Das ist auch etwas, was relativ lange üblich bleibt. Allerdings nicht konkurrenzfähig mit anderen Methoden. Wenn wir uns speziell das Mittelalter anschauen. Die Antike überspringe ich mal. Da habe ich einfach zu wenig Ahnung. Aber da wissen wir auch, es gab große Salzherstellung. Ab dem 7. Jahrhundert finden wir schriftliche Belege für Salzgärten am Mittelmeer, sowohl in der Nähe von Venedig als auch auf Ibiza. Da haben wir so diese klassische Meersalzgewinnung. Heute ist ja so ein bisschen die Rangfolge. Steinsalz ist das mit einem eher schlechteren Ruf. Meersalz ist das feinere, das noch in der guten Küche zu finden ist. Das soll das höherwertige sein. Chemisch haben die fast keinen Unterschied. Das ist mehr eine Sache der kristallinen Ausprägung oder so etwas. Da findet man tatsächlich Fleur de Selle oder sowas eine besondere Kristallstruktur, eine besondere Struktur des Salzes. Aber chemisch ist da überhaupt kein großer Unterschied. Das Problem an der Salzgewinnung aus dem Meer. Man sollte ja denken, da wo Salzwasser ist, da ist auch Salz herzustellen gar nicht so schwer. Das stimmt leider nur sehr sehr bedingt. Wir haben zum Beispiel im deutschsprachigen Raum im gesamten Mittelalter so gut wie keine Salzgewinnung aus dem Meer. Mit einer nennenswerten Ausnahme, das sogenannte Friesensalz. Da erzähle ich gleich noch was dazu. Aber die Richtung, die das Salz im Handel genommen hat, ging gerade an der Nord- und Ostseeküste vom Landesinnere zum Meer, nicht umgekehrt. Das Problem ist, was ich brauche für einen Salzgarten am Meer, abgesehen von dem Platz natürlich. Ich brauche Sonnenschein. Das Wasser muss verdunsten. Und ich brauche eine gewisse Sicherheit, dass es keinen Regen gibt. Denn wenn ich so einen Salzgarten habe, dann mein Wasser verdunsten lasse und es regnet da rein, dann ist halt die ganze Arbeit vollkommen für die Katze. Das nützt mir nichts. Dazu brauche ich auch noch ein flaches Küstengebiet. Ich muss so eine gewisse Fläche haben, um darauf zu arbeiten. Sonst muss ich das ganze Meerwasser ja irgendwie eine Steilküste hochtransportieren. Das ist auch nicht so prickelnd. Das haben wir in Deutschland so nicht. Also wir haben das Problem, dass wir Niederschläge haben. Wir haben nicht so den Wahnsinnssonnenschein. Deswegen hat sich in unserer Region der Abbau von Salz, von Meersalz eigentlich nie gelohnt. In Frankreich, da haben wir das. Eine Biscaya zum Beispiel. Werde ich auch gleich nochmal kommen. Das spielt eine ganz wichtige Rolle im Mittelalter. Aber im deutschsprachigen Raum kann man eigentlich sagen, wir sind eine Region, in der Steinsalz und Salzsohle genutzt wurden. Da reden wir von Salinen. Beides wird zusammengefasst unter Salinen als Salzherstellung. Und für eine Saline wird entweder eine natürliche Salzquelle ausgebeutet. Die haben einen Salzgehalt von etwa einem Prozent bis über 20 Prozent. Können sehr stark konzentriert sein. Je höher sie konzentriert ist, umso besser ist es natürlich für die Ausbeutung. Weil wenn ich eine Sohle mit einem Prozent habe und im Vergleich dazu eine Sohle mit fünf Prozent, muss ich ja schon im Prinzip um einen entsprechenden Faktor eindicken lassen oder einkochen, bis ich da gleich komme. Also die ganze Arbeit kann ich mir sparen, wenn meine Sohle schon mehr Salzgehalt hat. Die andere Möglichkeit ist, ich habe einen Salzstock, also wirklich Steinsalz. Und den kann ich entweder wie im Bergwerk bearbeiten. Ich kann das Salz rausholen. Das hat man auch gemacht, um billigeres Steinsalz zu bekommen. Um Speisesalz zu machen, hat man aber schon von frühester Zeit an, Wasser eingeleitet. Diese Sohle, also darauf wartet, dass das Salz sich löst, diese Sohle wieder abgepumpt und die dann eben wieder in Pfannen eingekocht. So eine Pfanne, ich glaube es ist ein dänisches Museum, das das zeigt. Das zeigt hier eben so einen Aufbau, wie man sich so eine Pfanne vorstellen kann. Die waren anfangs aus Blei, später aus Eisen. Es ist eine flache, viereckige Pfanne, in der eben das Ganze erhitzt wird. Das Wasser verdunstet und nach und nach, je stärker die Lauge wird, umso dicker wird das Ganze und irgendwann fängt das Salz an auszukristallisieren. Und dann kann ich es eben abschöpfen, trocknen lassen, kommt dann nochmal in eine eigene Dörrhütte und wird zum richtigen Salz. Ein Schritt davor ist das Gradieren. Das Gradierwerk hat man schon mal gehört. Das Gradierwerk sieht so aus, gibt es heute noch an vielen Kurorten. Bad Nauheim hat zum Beispiel eine, Bad Orb bei uns in der Gegend hat auch eine. Das kommt erst im 16. Jahrhundert auf. Also das ist nicht mittelalterlich, das kommt später auf. Im Mittelalter hat man noch eine Kastengradierung benutzt. Da gibt es einen Gradierkasten, eben wurde die Lauge eingeleitet und dann wurde gewartet, dass sich Stoffe absetzen. Diese Gradierwerke wird oft fälltlicherweise gedacht, man leitet da die Sohle drüber, damit sich das Salz an diesen Ästen festsetzt. Das ist aber nicht der Fall. Was sich da festsetzt, sind unerwünschte Stoffe. Kalk, Gips, Eisen teilweise, das setzt sich da fest. Und bei diesem Runterleiten verdünstet Flüssigkeit. Die Sohle kriegt wieder, ohne dass ich einkochen muss, ohne dass ich Brennholzer verbrauche, wird sie stärker und auch dafür wird der Gradierkasten verwendet. Und in Bad Orb wird ein solcher Rest aus so einem Gradierkasten gezeigt. Das ist so ein Klumpen, der aus dem Gradierkasten gekommen ist. Es ist wirklich ein Stein, den hat man in Bad Orb zum Beispiel als Fundament für Häuser verwendet. So stabil ist der. Und das ist eben eine Mischung aus Kalk, Gips, teilweise Eisenreste. Also wirklich ein massiver Klumpen. Das ist alles, was man an unerwünschten Stoffen, was man erstmal raus haben will. Das passiert im Gradierkasten, dann kommt es eben in die Eisenpfanne, wird dort zu Eisen verarbeitet. Das Friesensalz, wie ich schon erwähnt habe, ist so die dritte Möglichkeit bei uns im deutschsprachigen Raum, dass eben der salzhaltige Torf, der verbrannt wird und in Pfannen gesiedelt wird, der galt nicht als sehr hochwertig. Der hatte eine leicht graue Farbe durch die Asche und er hatte einen bitteren Beigeschmack ebenfalls durch die Asche und galt als minderwertiges Salz, wurde trotzdem viel gehandelt, zum Beispiel auch als Handelsgut nach Skandinavien, war aber immer, galt aber immer schlechter als die anderen Alternativen Meersalz oder Steinsalz bzw. aus Steinsalz hergestelltes Speisesalz. Das Meersalz bei uns in Deutschland kam zum ganz großen Teil aus Frankreich. Das ist das sogenannte Bayensalz. Leitet sich ab von der Baie de Bonneuf, südlich der Loire-Mündung. Ich glaube, das ist die Biscaya, wenn ich mich ganz täusche. Da gibt es eine Region, der in viele, viele Salzgärten angelegt wurden, um Salz aus Meerwasser zu gewinnen. Und schon seit karolinglicher Zeit wird das Salz hergestellt. Und die Hanse, ein wichtiger Teil des Handels der Hanse war eben die Fahrt dorthin in großen Konvois. Es gab dort auch Priraterie. Die Hanse hat sich teilweise einen Kaperkrieg mit Spanien, der bis 1446 gedauert hat, geliefert um diese Route. Also ein großer Konvo ist da hingefahren, hat in großen Mengen Salz eingekauft, ist ins Hansegebiet zurück und hat sich dann da verteilt in Richtung Russland, in Richtung Baltikum, in Richtung Skandinavien und hat da seine Absatzmärkte gefunden. Gerade Skandinavien war, obwohl es am Meer liegt, obwohl überall Meerwasser da war, waren die quasi angewiesen auf die Lieferung von Speisesalz, also hochwertiges Salz. Wer natürlich an der Küste gelebt hat, der wüsste nicht warum, vielleicht übersehe ich da was, aber der kann bestimmt auch mit Seewasser kochen, obwohl es wahrscheinlich nicht das sauberste ist, aber die gesamte Region, das Salz wirklich in Form von kristallinem Salz zu kommen, das war in der Region tatsächlich gar nicht so einfach, so wie man denken sollte. Ich hätte auch eigentlich gedacht, Meer bedeutet Salz ist da, aber tatsächlich war diese Beinfahrt mit der Verteilerfunktion enorm wichtig. Dieses Beinsalz, trotz der Entfernung, war es das günstigere Salz. Es war immer billiger als das Steinsalz, das hierzulande hergestellt wurde, galt aber damals eben als minderwertig. Also genau andersrum wie heute. Heute gilt das Meersalz als das höherwertige. Damals war es genau umgekehrt. Damals galt das Meerwasser als das günstigere. Und beim Steinsalz, gucken wir uns mal so ein bisschen an, wir haben da auf dem Stadtplan von Lüneburg, das da in der Mitte, genau dieser runde Bereich, das ist die Saline von Lüneburg. In der Mitte war die sogenannte Sode, der Brunnen, die Förderanlagen für diese salzhaltige Sohle. Und darum standen 54 Siedehäuser, jedes mit vier Pfannen. Insgesamt gab es also 216 Pfannen. Die Eigentümer dieser Hütten und dieser Pfannen waren die sogenannten Salzbegüterten. Die lebten zum großen Teil gar nicht in Lüneburg selbst. Und die Verteilung hat sich auch immer wieder geändert. Zeitlang waren es zum Beispiel viele Kleriker, also Klöster, die das inne hatten oder Pfarrstellen, die das als Pfunde inne hatten. Aber das ändert sich über das Mittelalter immer wieder. Gab es auch immer wieder Konflikte. Am Anfang ist Salz immer ein königliches Privileg, ein Regal. Also Regal kommt von königlich, der das weiterverleiht. Also der König gibt dieses Recht weiter. Und da haben sich die Besitzverhältnisse immer wieder verändert, bis sie ganz am Ende nach dem Mittelalter dann wieder in den herrschaftlichen Bereich zurückkommen. Das sind Entwicklungen, die wir dann sehen werden. Die Salzbegüterten haben das nicht selber bearbeitet, sondern haben es verpachtet an sogenannte Siedeberechtigte. Und ein Siedeberechtigter, der mindestens vier Pfannen besessen hat, der durfte sich Sülfmeister nennen. Maximal durfte er acht Pfannen besitzen. Der Sülfmeister hat mit vier Pfannen, hat Anrecht auf eine eigene Hütte. Er darf aber maximal zwei Hütten besitzen, mehr nicht. Einfach damit sich da keine Monopole herausbilden. Und es gab da auch schon fast demokratische Dinge. Es gab zum Beispiel den Barmeister. Das war der Meister der Pfannenschmiede. Der hat also die Versorgung mit den Salzpfannen, die immer wieder gebraucht wurden, aus Eisen geregelt. Der wurde gewählt von den Siedern, also von den Siedeberechtigten und dem Rat der Stadt. Während der Sodmeister, der den Brunnen kontrolliert und der dafür verantwortlich ist, dass die Sohle abgegeben wird an die entsprechenden Sieder, der wird von den Siedenberechtigten und dem Rat gewählt, damit da eine Parität herrscht. Also darauf hat man tatsächlich geachtet, dass so etwas fair ist. Hat nicht wirklich funktioniert. Hat dann später in Lübeck einen eigenen Konflikt heraufberufen, weil die Siedeberechtigten, gerade die lachikalen Siedeberechtigten und der Rat ins Streit darüber gekommen sind, über Schulden und Schuldenrückzahlung. Ist dann am Ende vor den Kaiser gegangen, hätte fast den Volksaufstand gebracht. Also dieses System war zwar sehr gut angedacht, hat aber am Ende mittelprächtig funktioniert. Lüdeburg war vor allen Dingen am Handel mit der Hanse beteiligt und ein ganz großer Teil des Salzes, das in Lüneburg gefördert oder hergestellt wurde, ist nach Lübeck gegangen. Anfangs per Wagen, dann wurde der Stegnitz-Kanal gebaut. Der wurde 1391 begonnen und 1398 wurde erstmal Salz in fünfwöchiger Fahrt nach Lübeck transportiert. Fünf Wochen für so, das klingt sehr lang. Also ich lasse es mal so 180 Kilometer sein oder so. Ist nicht so wahnsinnig, aber es sind halt Treidelpfade. Es ist flach, da fließt nicht stark. Diese Salzmengen wurden getreidelt. Im 15. Jahrhundert reden wir hier von 30.000 Tonnen Salz im Jahr. Also diese Sache, Salz war so wahnsinnig teuer und Salz wurde mit Gold aufgewogen und alles. 30.000 Tonnen im Jahr aus einer einzigen Quelle. Riesenmengen, kann man sich auch vorstellen, was das für eine Industrie war und wenn man mal schaut, selbst Lüneburg, das ja keine Mehreinbindung hatte, hatte. Hier sehen wir das Salzhaus, das allerdings deutlich neuzeitlicher ist und ein Kran, der ist wahrscheinlich auch nicht mittelalterlich, aber ähnliche Kräne kennen wir von mittelalterlichen Abbildungen. Da wurden eben diese flachen Kähne beladen und das ist schon ein sehr, sehr großes Geschäft. Da sollte man sich nicht täuschen, das ist kein kleinteiliges Geschäft. Was oft behauptet wird, ist, dass der Holzbedarf für so eine Saline, der ist enorm, wirklich groß. Also für jede Kilo Salz muss man deutlich mehr bis zu drei Kilo Holz verbrennen, um es zu bekommen. Es wird oft behauptet, dass die Lüneburger Heide entstanden sei, weil sie abgeholzt worden wäre für das Salz. Das stimmt nicht. Es gibt da einfach keine Transportwege nach Lüneburg. Es war für die Bewohner von Lüneburg viel sinnvoller, die Elbe herauf das Holz zu schaffen und tatsächlich ist das Holz, das in Lüneburg verfeuert wurde, hauptsächlich aus dem Raum Magdeburg gekommen. Das war viel einfacher, aus die Elbe runterzuschiffen, als das irgendwie aus der Lüneburger Heide zu holen. Tatsächlich ist das nicht richtig. In den Alpen haben wir dann natürlich noch mit Bad Reichenhall oder damals nur Reichenhall und Berchtesgaden zwei sehr, sehr prominente Beispiele. Da wurde eben, war wieder ein Klosterbesitz, war eine Pfründe eines Klosters. Die hatten das Recht da Salz zu erzeugen. Und da haben wir auch schon eine größere Industrie noch als in Lüneburg. Wir haben da zum Beispiel schon ein Fördersystem durch einen Paternoster-Ketter, so wie der heutige Paternoster-Aufzug. Sprich ein Seil mit entsprechenden Transportbehälter, kann man sich wie einmal vorstellen, wurde lange verwendet, aber schon im 50. Jahrhundert wurde es durch ein Pumpwerk ersetzt, um die Sohle, die dort eingeleitet wurde, wieder rauszupumpen und weiterzuverarbeiten. Und im 16. Jahrhundert wird dann sogar eine lange, lange Leitung nach Traunstein gelegt, um dort näher an der Handelsstraße das Salz gewinnen zu können, um sich diesen Transport zu sparen. Und diese Salzgewinnungsstätten waren vor allen Dingen wichtig, zum Beispiel Böhmen. Böhmen hat sehr wenig natürliche Salzquellen. Die waren wirklich auf Import angewiesen. Und es gab dann eben einen Salzhandel, einen intensiven mit Böhmen, bei dem auch enorme Mengen transportiert werden. Auch da reden wir von vielen, vielen Tonnen im Jahr, die nach Böhmen gebracht wurden. Aber auch andere Salzstraßen fangen da an. Und eine sehr bekannte Geschichte ist, oder nicht die Krönung von München, aber das Wachstum Münchens. München liegt an der Isar und hatte erstmal keine eigene Brücke. Es gab eine Nähe in Föhring. In Föhring gab es eine Brücke. Und Heinrich der Löwe, der immer gerne Ärger gemacht hat, hat eine Brücke in München erbauen lassen im Jahr 1157. Und hat dann angeblich, lässt sich nur so halb nachweisen, wird behauptet, aber es ist in der Quellenlage immer nicht ganz so einfach, hat die Brücke in Föhring zerstören lassen, die dem Bischof von Freising gehört. Der hat versucht, sie wieder aufzubauen. Es wurde mehrfach sabotiert. Und so musste dieser ganze Salzhandelweg über München gehen. Und das hat München eben im Großen Reich gemacht. Und es zeigt ganz gut, wie diese Salzhandelwege auch umkämpft waren, wie wichtig die gewesen sind. Hier habe ich auch ein Bild in Regensburg. Das ist an der Steinernbrücke, an der berühmten, das ist das Salzhaus dort. Also wieder ein großer Kasten, ein sehr großes Lagerhaus. Denn der Salzhandel ist das, was das weiße Gold eigentlich ausmacht. In der Gewinnung ist Salz nie wirklich teuer gewesen. Gar nicht, vor allem nicht bei den Mengen. Was den Salzpreis deutlich mehr beeinflusst, ist der Handel. Je weiter der Handel, umso teurer werden die Aufschläge. Die Zwischenhändler machen das teuer, die Transportkosten machen das teuer. Die sind wirklich hoch, gerade wenn ich nicht auf dem Fluss handeln kann, sondern eben mit Wagenzügen handeln muss. Ist sehr, sehr teuer. Und wir haben so ein richtiges Netz, gerade wenn wir den Bereich nehmen, jetzt Berchtesgaden, Reichenhall, Salzburg ist da natürlich noch ein enorm wichtiger Ort als die nächste große Stadt. Und damals natürlich auch als Bistum der lange Zeit der Herrscher des Ganzen. Salzburg ist so ein bisschen das Kernstück. In der Nähe liegt dann auch zum Beispiel Haltstadt und Hallein, ist gar nicht so weit entfernt. Das ist wirklich ein großes Salzgebiet. Und von da aus gehen die Salzstraßen in alle Richtungen. Der gesamte Alpenraum wird davon beschickt. Böhmen, habe ich eben schon erwähnt, es geht ins Landesinnere hinein. Und diese Salzstraßen kann man heute noch wirklich sehen, dass gleich der ein wohlhabende Ort an den nächsten anlehnt. Und viele, viele dieser Orte haben zum Beispiel Stapelrecht. Das Salz musste dort abgeladen werden und die Leute konnten es kaufen, wenn sie es wollten. Und der Handel war dementsprechend stark und man hat dann immer so kleine Handelsstraßen, die davon abgehen. Das sind ganz viele Orte, die daran wohlhabend geworden sind. Dabei ist das Salz natürlich jedes Mal ein kleines Stück teurer geworden. Denn das Salz war eben sowohl die Herstellung als auch der Handel war ein königliches Privileg. Das wurde weitergegeben. Nicht jeder durfte das. Wer ein Privileg hatte, teilweise waren es auch Städte, die es dann unter sich weitergeben konnten, Wer das hatte, der durfte, wenn man handelt. Damit hat man natürlich eine fast Monopolstellung in vielen Situationen, was den Preis zusätzlich nach oben treibt. Tatsächlich auch problematisch. Gleichzeitig hat dieser Handel aber auch Flauten vorgebeugt. Also wenn es Probleme in der Salzherstellung gab, ich meine, es muss da nur eine Saline brennen oder sonst etwas. Diese Lagerhäuser, wie wir es eben gesehen haben, die sind schon eine Möglichkeit, Zwischenlager einzurichten. Und es gab Zwischenlager. Es gab auch teilweise die Pflicht, Salz vorrätig zu halten. Also im Frankfurter Bürgerrecht, ein Bürger musste drei Dinge vorrätig halten. Löschwerkzeug, Waffen und einen Salzstein. Da reden wir jetzt nicht von Speissalz, da reden wir wirklich von rotem Salzstein, wenn man sich das so vorstellt. Die waren nicht für die Menschen da, die waren für die Tiere da. Und da haben wir auch diese Option des Salzsteines, die eben nicht als Sohle gelöst und verarbeitet wurde, sondern als reiner Salzstein gebracht wurde. Und das kennt man heute noch. Der Leckstein im Tierstall ist heute noch üblich. War da nämlich nicht anders. Auch Tiere brauchen Salz. Es ist quasi ein minderwertiger Salzhandel, der da nebenher läuft. Und so etwas musste ein Bürger im Haus haben. Das war verpflichtend. Also weit ab von dem mit Gold aufgebogen. Ich habe versucht, was zu den Preisen mal genauer festzustellen. Es war gar nicht so einfach. Also Preise zu finden von Salz ist schwierig. Ich habe was gefunden in London um 1438, 39. Da kosten zwei Pint Salz, also etwa ein halber Liter, einen Penny. Ein Penny ist ein Viertel bis ein Achteltageslohn eines Handwerkers. Also deutlich, deutlich, deutlich teurer als heute. Denn heute zahlen wir für Salz Pfennigbeträge. Kostet fast nichts. Ein Viertel bis ein Achteltageslohn ist schon tatsächlich Geld. Also heute würden wir wahrscheinlich sagen, das sind 10, 20 Euro um den Trerum. Oder vielleicht verdiene ich auch einfach nicht sehr gut. Muss man sich schon überlegen. Für einen Pfund Salz 10, 20 Euro heute, das ist deutlich mehr, als wir gewohnt sind, dafür zu bezahlen. Aber wenn wir darauf angewiesen sind, was sollen wir tun? Wir brauchen das nun mal. Wozu wir es brauchen, komme ich auch noch gleich dazu. In Walleshausen im Landkreis Landsberg am Lech, da habe ich einen Preis gefunden von 1612. Eine Scheibe Salz mit einem Gewicht von 98,5 Kilo kostet zwei Gulden und 24 Kreuzer. Zwei Gulden, schon mal nicht wenig. Es entspricht einem Kilopreis von 1,46 Kreuzer, was wiederum acht Kreuzer sind der Tageslohn eines Maurergesellen. Da sind wir ungefähr bei einem Sechstel Tageslohn, also genau im selben Bereich, den wir vorher hatten. Das Salz hat sich in dieser Zeit offenbar nicht wirklich verteuert. In der Neuzeit haben wir Verteuerungen von Salz, sogar beträchtlich. Und ich komme gleich auch noch zu einer Sondersituation, die sich auch nochmal deutlich verändert. Also der Salzpreis ist ungefähr in dem Bereich. Das ist ein ganz gutes Mittelmaß, offensichtlich. Teuer, aber nicht übermäßig teuer. Ganz weit weg von mit Gold aufwiegen oder ähnlichem Kram. Die Salinen, hatte ich schon gesagt, sind im Besitz so ursprünglich königliches Regal. Gehen an die Grundherren, die es weiterverleiten, eben auch die Kirche. Es wird ein Pächter verpachtet. Am Ende des Mittelalters schaffen es die Grundherren, dieses Salzmonopol zurückzugewinnen. Und der Staat erhebt auch Steuern. Das haben wir in Frankreich sehr, sehr stark. Da gibt es die Gabelle, die Salzsteuer, die 1286 unter Philipp IV. als Notbehelf eingeführt wird. Aber schon Karl V. im 14. Jahrhundert macht das zu einer regelmäßigen Abgabe. Und die ist je nach Provinz anders. Die funktioniert so, dass die Bewohner Frankreichs ab 8 Jahren gezwungen sind, eine bestimmte Menge Salz regelmäßig abzunehmen. Regelmäßig und zu einem bestimmten Preis. Der Preis ist vorgegeben. Das können später, ich habe hier eine späte Zahl, bis zu 15 Pfund im Jahr werden. Die waren also verpflichtet, 15 Pfund Salz abzunehmen zu einem bestimmten Preis. Und der war problematisch, denn es gab Regionen, da war es relativ günstig. Das liegt gar nicht so sehr an der Herkunftsorto-Salzes. Das liegt mehr an der Steuerpolitik. Es gab Regionen, da war es sehr, sehr teuer. Also teilweise wird das 30-fache in einer anderen Region. Es gab in jeder Provinz eine Salzkammer, ab 1342 sind die erwähnt, den Cranier-Arcel, war eben ein staatliches Monopol. Ich bitte meine französische Aussprache zu entschuldigen, französisch ist wirklich nicht meine Stärke. Und diese unterschiedlichen Preise, die haben einen starken Salzschmuggel hervorgerufen. Also wenn ich zwischen verschiedenen Regionen so ein starkes Preisgefälle habe, da ist natürlich Missbrauch Tür und Tor geöffnet, da wurde ordentlich geschmuggelt. Und das war auch immer in der französischen Geschichte ein Problem. Salzschmuggler wurden verfolgt, man hat versucht, dem Herr zu werden. Und es gibt sogar Aufstände dagegen, gegen diese Salzsteuer. Im 15. Jahrhundert gibt es schon Aufstände, die sich zumindest teilweise damit befassen. Es gibt im 16. Jahrhundert Aufstände und auch die französische Revolution wird befeuert durch einen Aufstand gegen die Salzsteuer. Wird dann abgeschafft, Napoleon führt sie direkt wieder ein. Und bis ins 20. Jahrhundert gibt es diese Salzsteuer. In Deutschland hatten wir auch lange Salzsteuern. Die wurde erst vor ein paar Jahren, glaube ich, 1995 abgeschafft oder sowas. Die war allerdings nie so ausgeprägt und vor allem nie so kleinteilig. Obwohl wir so ein Splitterstaat waren, also ein Flickwerk, war bei uns die Salzsteuer nicht so fragmentiert, wie sie in Frankreich zu finden war. Also bei uns tatsächlich diese Salzsteuer war nicht so das riesengroße Problem. Es hat den Preis natürlich noch umgetrieben und wir haben Zeiten, in denen auch wegen anderen Verwendungen von Salz immer wieder Salz knapper und damit teurer wurde. Darauf können sich auch teilweise so Ideen beziehen, dass Salz knapp war. Aber für das Mittelalter gilt das einfach nicht. Die ganze Salzherstellung hat noch ein paar Sekundärindustrie, die daran hängen. Wir haben die Pfannenherstellung schon gehabt. Da wurden Pfannen geschlagen, die offensichtlich auch gerade mit Salz nicht ewig gehalten haben. Rostet weg und wir haben ja eben schon auf dem Bild gesehen, das ist eine ziemlich rote Angelegenheit. Die Brennholzversorgung, enorme Menge Brennholz. Auch das ist eine Industrie, die daran hängt. Bötschereien, Küfereien. Wir haben ja ein Bild, das zeigt Rupert von Salzburg, einen Heiligen. Und in der Hand hält der einen sogenannten Kufen, ein Fass. Das waren die Fässer, in denen Salz transportiert wurde. Ich habe viele Beispiele gefunden, die sind eigentlich länger. Hier ist es eher rundig dargestellt, wie ein Feindfass. Eigentlich sind die eher langgestreckt aussehend. Und in diesen Kufen wurde das Salz transportiert. Wenn es aus der Dörre kam, also halbwegs trocken war, dann wurde es in diese Fässer gepackt. Damit konnte es transportiert werden. Der Kufner, ist ein anderer Begriff für einen Fassmacher, also ein Bötscher, der hat seinen Namen auch daher. Die Zimmerleute in solchen Salinen war immer Arbeit für Zimmerleute. Es mussten Dinge aufgebaut, abgerissen werden. Auch das Holz wird vom Salz durchaus angegriffen. Und die Transportindustrie, die ist natürlich auch nicht zu verachten. Seien es jetzt Schiffe oder seien es Wagen. Wenn wir eben hatten 30.000 Tonnen Salz, das sind mehrere, weiß nicht wie viele Tonnen hat es so ein Ding. Aber ich glaube, das sind schon im vierstelligen Bereich an Transporten jedes Jahr. Da haben wir Schiffsfahrer, da haben wir Schiffsführer. Da hängt wirklich enorm viel dran. Und diese Pfannen, die wir in Lüneburg hatten, diese 216 Pfannen, sollen zeitweise 1.000 Salzsieder Arbeit gegeben haben. Also es steht auch nicht ein Einzelner dran. In dieser Salinen sollen bis zu 1.000 Menschen gearbeitet haben. Also eine ziemlich große Industrie, allein weil die Nachfrage immer da war. Wozu wird jetzt Salz verwendet? Das Erste, was einem einfällt, ist Kochen. Da gibt es jetzt zwei Dinge. Einmal natürlich das direkte Salzen. Ich koche, tue Salz hinein. Salz ist aber das Wichtigste in der Haltbarmachung. Natürlich können wir dörren und solche Dinge, aber pökeln, einsalzen. In den verschiedensten Varianten ist eine ganz enorm wichtige Methode der Haltbarmachung. Und auf der Haltbarmachung basiert im Prinzip die vormoderne Lebensweise. Also ich habe eine Ernte, ich habe einen Ertrag, muss aber durch den Winter kommen. Ich muss Dinge haltbar machen. Hatte ich ja schon in Videos angesprochen. Frischfleisch, so direkt vom Tier, ist gar nicht so die grundsätzliche Idee. Haltbarmachen ist wichtiger. Wursten, Schinken oder als Speck haltbarmachen. Und da sind wir schon wieder beim Salz. Da brauchen wir Salz. Und die Mengen, die wir so grob bei den Daumen brauchen, ist bei Fleisch etwa 100 Gramm pro Kilo Fleisch. Und bei Fisch brauchen wir noch mehr, 250 bis 350 Gramm pro Kilogramm Fisch, die wir brauchen. Ganz bekanntes Beispiel ist da der Hering. Der Hering wurde gefangen, eingelegt, in Fässer wurde ins Landesinnere transportiert. Der Stockfisch ist da eine ganz wichtige Sache als haltbar gemachtes Lebensmittel. Das waren Lebensmittel, die waren sehr begehrt und wurden auch viel verwendet. Und neben dem direkten Salzen kann ich auch indirekt salzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe so meinen Prei, dieser berühmte Prei, der immer wieder kommt, und nehme jetzt meine Speckseite, schneide einen Teil davon ab, würfle ihn mir und brate ihn an, was auch immer, tue ihn da rein. Da kommt Salz hinein. Das ist gesalzen. Salz geht in mein Essen. Heute nennen wir das versteckte Salze, die in irgendwelchen Pülverchen drin sind. Gab es damals auch. War auch durchaus so intendiert, dass man mit salzhaltigen Lebensmitteln arbeitet. Es gibt da in vielen Rezepten die Floskel, Gewürzwohl und Versalz nicht. Lustigerweise in der Forschung gibt es gerade die Diskussion eher, meint man damit, also ist die Frage, ob die mittelalterliche Küche zu salzhaltig war, ob die für uns sehr salzhaltig gewesen wäre. Während wir in Dokumentationen immer die Behauptung finden, es macht sehr wenige Salzen, ist in der Forschung gerade die Diskussion genau umgekehrt. Allgemein wird das eben so gedeutet, dass man eben auch schauen muss, wie die anderen Bestandteile schon salzig sind, dass man nicht mit zusätzlichem Salz zu viel würzen solle. Aber es ist eben ganz allgemein auch eine Erinnerung an die Leute, mit Gewürz und mit Salz entsprechend umzugehen. Das Tafelsalz kommt dann eben auch. In der Tafelkultur, da gibt es ganz viele Beispiele. Ich habe hier zum Beispiel, man hat auch schon auf dem Teaser-Bild gesehen, ein solches Salzgefäß. Die haben wir auf den Abbildungen sehr, sehr häufig. Auch in einfachen Küchen hängen die nahe der Feuerstelle an der Wand. Durch die Wärme bleibt das Salz trocken. So hat man Salz aufgebaut. Und das ist so ungefähr die Größe von so einem Gerät. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Und wir reden hier nicht von einem königlichen Haushalt, was so suggeriert werden würde, wenn wir von dem extrem teuren Salz ausgehen. Auf der Tafel selbst haben wir dann solche Salzgefäße. Das ist so das Standard-Salzgefäß. Gibt es auf ganz, ganz vielen Abbildungen. Also das ist so quasi das Ikea-Salzgefäß der höfigen Tafel des Mittelalters. Auch darin eben mein Salz, das stellt man auf die Tafel, würzt nach. Das ist natürlich auch so ein Ausdruck. Ich kann es mir leisten, mit dem vergleichsweise teuren Stoff noch nachzuwürzen. Ich habe noch ein paar andere Beispiele rausgesucht. Da gibt es ganz wundervolle Dinge. Hier haben wir ein wirklich höfiges Tafelsalzgefäß. Sehr in Form einer Kirche oder zumindest einer architektonischen Verzierung. Sehr beliebt waren auch solche Salzschiffe. Das ist noch ein vergleichsweise einfacheres Salzschiff, das auf die Tafel gestellt wurde. Hier gibt es auch Parallelen zu kirchlichem Gerät, türkischem Gerät, aber auch so ein Salzgefäß, das auf die Tafel gestellt wurde. Da auf der Tafel, habe ich ja schon erzählt, steht gar nicht viel. Ein Salzgefäß steht quasi auf jedem Bild. Ein Salzgefäß ist ganz, ganz wichtig, wenn man auf der Tafel hat. Denn Salz ist zwar nicht das weiße Gold, aber vergleichsweise teuer. Eine sehr lustige Verwendung, die ich dann auch noch gefunden habe, ist in der Medizin. Da habe ich ein Rezept für ein Pflaster gefunden, also ein Wundverband, in dem man geweihtes Salz verwenden soll. Also offensichtlich war auch das ein Ding. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht viel zu. Habe ich so als Quelle gefunden, habe mich sehr erstaunt. Aber das zeigt eben, Salz war wichtig. Die Menschen konnten nicht auf Salz verzichten. Diese Vorstellung, die immer wieder zu sehen ist, die ich zuletzt eben bei Welt der Wunde hatte, dass die Leute hauptsächlich eine salzlose Kost genossen haben. Das hätte nicht funktioniert. Und auch auf den Dörfern, sie haben Salz gehabt, sie brauchten das Salz. Sie konnten ohne nicht in dem Maß haltbar machen. Also es muss da einen Tauschhandel gegeben haben, wenn wir von einer, aus der Zeit reden, in der Geld selten war. In irgendeiner Art und Weise gab es da den Handel. Und später finden wir es auch aus Listen. Also wenn irgendwelche Versorgungslisten erstellt werden, da ist Salz dabei. Und zwar zum Teil in enorm großen Mengen. Ist jetzt Salz das weiße Gold des Mittelalters? Oh ja, das ist es. Aber genau im selben Sinn, wie wir heute vom schwarzen Gold sprechen. Schwarzes Gold, Erdöl, ist per se nicht teuer. Ich kann in die Tanke gehen. Ich habe heute getankt, war unangenehm. Aber ich habe glücklicherweise unter 2 Euro für den Liter bezahlt. Also ich muss mir keinen Gedanken machen, ob ich mit einer Kanne an die Tankstelle gehen kann und mir einen Liter Benzin holen kann. Dummerweise nützt mir dieser Liter nicht viel, weil ich brauche viel mehr im Monat. Und das ist bei den Menschen damals gar nicht anders. Also das Pfund Salz, super Sache, kann ich haben. Ist aber offensichtlich zu wenig. Ich meine, in Frankreich hatten wir 15 Pfund pro Person. Das scheint irgendwie auch auf dem Darf angerechnet zu sein. Und wenn wir uns einfach ausrechnen, der Mensch braucht 5 Gramm allein zu überleben pro Tag. Dann sind wir im Monat schon bei 150 Gramm zum Leben. Da sind wir eben nicht bei dem Verlust durch Einpökeln und ähnliche Dinge. Da entsteht ja auch immer ein Verlust dabei. Das ist nur das, was er wirklich am Ende im Mund aufnimmt. Also Salz wurde immer gebraucht. Und das ist mit Erdöl genauso. Erdöl hat immer einen Abnehmer. Habe ich eine Erdölquelle, habe ich die Möglichkeit Erdöl zu fordern und zu raffinieren und so. Ich habe immer einen Abnehmer. Und genau dasselbe ist mit den Salinen genauso gewesen. Die haben immer einen Abnehmer gehabt. Die haben einen dauernden Abnehmer. Und das ist perfekt für ein Geschäft. Das ist das, was sich jeder Unternehmer erträumt. Er hat eine endlose Abnahme. Die Salinen erstmal, die haben zwar ihre ewige Abnahme. Die werden dadurch auch wohlhabend. Aber wie gesagt, wirklich das Geld wird im Handel gemacht. Das heißt, die Städte, die dann dranhängen, die im Handel partizipieren, die machen das richtig große Geld. Und werden daran auch wirklich, wirklich wohlhabend. Also gerade bei den Mengen, von denen wir sprechen, da muss das Zeug gar nicht so teuer sein. Denn es reicht vollkommen aus, dass große Mengen davon gehandelt werden. Und zwar, wie gesagt, regelmäßig. Von daher, ja, es ist das weiße Gold. Und auch die Adligen, die zum Beispiel in einer Salzhandelstraße leben. Also Heinrich der Löwe hat das ja nicht umsonst gemacht. Er hat diese, wenn er es dann getan hat, diese Brücke zerstört, damit die Händler über seine Brücke müssen, um dort Brückenzoll zu zahlen. Und auch selbst ein Ritter in einer Salzstraße, der hat ja Wegerecht. Der muss diesen Weg instand halten, darf dafür aber einen Zoll nehmen. Das ist sein Recht, das gehört zu seinem Regal. Er hat es verliehen bekommen. Und auch wenn die Städte das später anzweifeln und darum kämpfen werden, ist es erst mal, dieser Salzzoll ist erst mal da. Und daran kann ein Adliger enorm wohlhabend werden. Und zwar im Prinzip durch wenig Arbeit. Also ob er jetzt diesen Pfad für Kleingewerbe aufrecht hält oder für die Salzzüge, ist ihm fast egal. Die kommen und bringen viel, viel Geld. Natürlich weckt das auch wieder Begehrlichkeiten und Konflikte. Und diese Salzzölle sind oft auch aufgeteilt. Auch viele Nutznießer, die dann gemeinsam einen Amp mal da hinsetzen, der das einnimmt. Also gerade so sehr lukrative Dinge werden gerne zerstückelt und an verschiedene Häupter gegeben. Da muss man nicht denken, dass da ein Einzelner sitzt. Aber wer eben an einem Salzzoll verdienen kann, der hat einen super losgezogen, ist sehr, sehr begehrt. Also das weiße Gold ist es, es macht Menschen reich, aber nicht, weil jedes Krümelchen so wahnsinnig teuer ist. Dagegen spricht zum Beispiel auch Europa ist ein Kontinent, der sich relativ gut mit Salz selbst versorgen kann. Wir haben keinen großen Fernhandel. Also Fernhandel bedeutet für uns, wir fahren nach Frankreich. Nicht viel mehr. Schon die spanischen Salzgärten haben mit uns erst mal im Mittelalter gar nicht so sehr viel zu tun. Und auch über die Alpen wird weniger handelt, weil in den Alpen selber Salz hergestellt wird. In Afrika zum Beispiel, die ganze Mittelafrika, Sahelzone und so etwas, die haben kaum eigene Salzvorkommen. Ist sehr salzarm. Und dort werden bis heute aus Äthiopien mit Karawanen Salzbrocken aus einem Salzsee geschlagen und transportiert. Das ist bis heute ein wichtiger Teil der Salzversorgung. Und in historischen Epochen haben wir das natürlich noch umso mehr. Eine Region, die kein eigenes Salz hat. Nepal zum Beispiel hat auch keine eigenen Salzvorkommen. Trotz Bergen. Schade. Auch die wurden durch Karawanen versorgt. Und solche Handelsnetzwerke finden wir eben weltweit. In Europa finden wir die kaum. Auch in Bronzezeit und so gibt es zwar Handelswege. Auch da haben wir eben Haltstadt allein hat schon Handelswege. Die aber nie so weit gehen wie andere Handelswege. Also wenn wir anschauen, wie Zinn aus England gehandelt wurde. Was wirklich anderswo zu dem Zeitpunkt kaum zu finden war. Haben wir ganz andere Handelsstrecken als beim Salz. Was eben darauf hinweist, dass man lokale Möglichkeiten hatte und lokale Lösungen gefunden hat. Das fehlt. Und stellt euch vor, das Salz wäre wirklich so teuer gewesen, wie es uns oft erzählt wird. Dass man es mit Gold aufgewogen hätte. Und nur die Könige hätten Salz gehabt. Habe ich genauso auf Führungen auf Burgen schon gehört. Also da ist dann das Salz in einem verschlossenen Schrank in der Wand. Und da stehen immer zwei Wachen hervor, um das kostbare Salz zu bewachen. Wäre das der Fall gewesen? Wie schnell hätten wohl Händler aus dem Orient über Venedig Salz eingeführt? Ich meine, das haben sie mit Pfeffer gemacht. Und zwar auch in Tonnen. Ja, also wir sind wegen allen möglichen Gewürzen. Wie schnell wäre das an anderen Orten billig herzustellende Salz ein Handelsgut gewesen, das nach Europa gebracht wurde. Und dass das nicht geschehen ist, zeigt, Europa konnte sich mit Salz selbst versorgen. An dieser Geschichte, dass Salz eine so große Mangelware ist, ist nicht viel dran. Es ist nicht der Verbrauchsstoff von heute. Wir können nicht beliebig damit hausen. Also wenn ich heute Salz kaufe, das ist deutlich unter einen Euro. Und Streusalz im Winter kostet auch nicht viel. Also Salz ist tatsächlich heutzutage sehr, sehr billig. Das hatten wir natürlich nicht. Salz war immer eine Kostenfrage. Und da hängt es natürlich auch darauf an, davon ab, wie nah an einer Saline bin ich. Wenn ich in der Nähe von Lüneburg lebe, kann ich mir halt mein Salz sehr günstig holen. Wenn ich in Prag lebe, dann ist es halt nicht mehr günstig, weil ich eben auf Importstoffe angewiesen bin. Aber es ist einfach so, Salz war niemals der super kostbare Stoff. Und trotzdem war er so grundlegend. Und so begehrt, dass man an Salz reich werden konnte. Und reich geworden ist. Wer eine Salzquelle hatte, eine starke Salzquelle, das macht zum Beispiel Lüneburg aus, sehr, sehr starke Salzquelle, sehr hoher Salzgehalt, ist reich geworden. Richtig, richtig reich. Ich hoffe, das war so, was Salz angeht, ein guter Überblick. Ich hoffe, ich habe so die üblichen Fragen beantworten können und ein paar Argumentationshilfen gegeben, gerade zum Thema Salz. Das wird ganz oft erzählt, wie teuer das angeblich gewesen sei. Und wenn wieder aufkommt, die Bauern haben ihren Prei ja nicht würzen können, deswegen war er so furchtbar fad. Stimmt in der Form erstmal nicht. Ja, so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann könnt ihr diesem Video ein Like verpassen. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Wer mich unterstützen möchte, kann mir entweder ein Spezie ausgeben über Coffee oder mich über Patreon unterstützen. Die Links sind unten. Nochmal ganz vielen lieben Dank an all die Leute, die das tun. Dieser Kanal nähert sich den 10.000 Abos. Ich bin völlig überwältigt, was in den letzten Wochen passiert ist. Da ist der Kanal quasi explodiert. YouTube zeigt die ganz, ganz oben in den Suchergebnissen bei einigen Begriffen an. Also wenn es um Mittelalter geht und so, kommen meine Videos mittlerweile ganz weit oben, was ganz, ganz viele neue Abonnenten auf diesen Kanal bringt. Herzlich willkommen all diesen Abonnenten. Ich freue mich sehr, dass dieser Kanal gerade so wunderbar gedeiht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin noch gespannt auf ganz, ganz viele gemeinsame Themen. Und bis dahin macht's gut und bleibt gesund.